Krasse Fakten über Minecraft. Nummer 1, Minecraft wurde in 6 Tagen von nur einer Person erstellt, nämlich von Notch, der das Spiel später für 2,5 Milliarden Dollar an Microsoft verkauft hat. Ursprünglich sollte das Spiel Cave Game heißen, wurde aber später zu Minecraft umbenannt. Nummer 2, Minecraft wurde von dem Spiel InfiniMiner inspiriert. Wenn man sich das so anschaut, erinnert es schon sehr an Minecraft, aber Minecraft ist eben nochmal um einiges besser und deswegen wurde es wahrscheinlich so erfolgreich.